Hallöchen Leute! Hier ist euch Sachsi Baxi Daxi und wir spielen heute Rambock Sig... 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 Ich kann nie aussprechen. Und heute wenn ich mach... David plantet deine Dinger! Ja ja, ich weiß. Schon gemacht! Oh, alle machen mich lieb! Die Drohne der Gegner hat Bio-Gutbehälter lokalisiert. Zehn Sekunden. Das ist weiter. Nur noch fünf Sekunden. Die Gegner haben den Bio-Gutbehälter lokalisiert. Arschläche. Das Gerät ist vorbereitet. Zeit zusammenzupacken. Das hat schon angefangen. Ja. So. Okay. Ja. 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 Ich weiß nicht, warum alle sagen wirken hier! Wer ist's? Das war das so lange nicht. Dass man hier sonst trinken kann. Scheiss nein! Ernsthaft? Loll! Auf dem Dach, gell? Jaa Oh Scheisse, bei mir ist einer, bei mir ist einer, bei mir kommt einer. Ich liege hier injured Ich lege der erste Hilfe Ich flicke dich ganz schnell wieder zusammen, Mann Oh, fuck! Ich hab doch gesagt, dass da einer ist, Serbi Ich hab falsch geschaut Ähh Oh, shit Oh, shit Fuck Ich bereite ein Eschen vor Ich höre ihn bei mir, einen Ich habe aufgemerkt, wo ist der Okay, jetzt, jetzt, jetzt rushen sie gleich Zehn Sekunden noch, sie haben ihre Versuche den Behälter zu sichern eingestellt Gute Loll, ich hab ihn gehittet, ich hab ihn voll getroffen Ich hab den getroffen Ich hab den getroffen Ich hab den getroffen Gott sei Dank, das ist kein Geisel Mhm Kannst du dich erinnern, wenn Max hat, Granate, wo war geißen? Und da? Ja, Max, der alte voll Spacken Du hast später Max geschrieben, ich meine Okay Ach ne, sie sind oben Ja, Serbi, hier gibt's drei verschiedene Gebäude Ich hab den Ich hab den Ich hab den Zehn Sekunden bis Einsatz Fünf Sekunden Standort des Biogefahrbundbehälters unbekannt Scheiße, ich war schon dort Ich bin nicht sicher So, watch out for the windows Jo, da, da schießen sie raus They shoot out of the windows Läuft, meine Drohne fliegt Okay Nein Ich vollidiot Wo ist denn die scheiß Cam? Ich kann jetzt schon Ich würde mich nicht hin Ich werde mich nicht hin Ich würde mich nicht mehr Ich würde mir trotzdem Ich kann jetzt noch nicht hin Was tun Oh fuck! Alter, ist der fucking Knapper. Okay, das macht keinen Sinn. Okay, das macht keinen Sinn. Yo, er hat mich halt gesehen. So, das ist scheiße auf dieser Map. Die schießen nämlich aus den Fenstern raus. Der hat wenig Leben, den habe ich schon gehittet. Den brauchst du eigentlich nur noch einmal anpust und der ist down. Debi. Ja. Er kommt aus dem anderen Fenster. Debi, guck mal ans Link. Ach ne, das ist dein Team-Mate. Das ist dein Team-Mate. Das ist ein anderer. Nimm die Pistil. Nimm deine Pistil. Ich habe keine. Keine Muni mehr. Ja, nimm das. Ach, keine Muni mehr? Ne, ich habe nur auf der Ernte geballt. Okay, ihr müsst rein, ihr müsst rein. Ihr müsst rein! Fast nein! Oh, was? Er war unten! Ja, er ist rausgegangen. Oh, genau! Nein, gut, aber jetzt machen wir das. Aber war ziemlich gut. Bei mir. Warte mal. Mach mal so. Auf dieser Map nehme ich glaube ich, obwohl, nein lieber nicht. Ich zeig mich nicht am Fenster. Oh, einer hat Druck genommen. War auch gut. Den Raum sichern. Wir müssen den Bio gefahren. Ach. So, ein Scheiß, gell. Ah, Scheiße! Nooo! No, 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 oh. W-was? Ah, okay, no problem. No problem. Noch 5 Sekunden. Die Kinder haben den Bio-Gefahrgutbehälter nicht gefunden. Sie versuchen ihn während des Angriffs aufzug zu lösen. Die Kinder haben den Bio-Gefahrgutbehälter nicht gefunden. Die Kinder haben den Bio-Gefahrgutbehälter nicht gefunden. Laby, geh mal raus. Hast du Ristum genommen? Ja, nein, habe ich nicht. Oh, ich wurde entdeckt. Oh, ich wurde entdeckt. Coring Hause. Ich bin, � Ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin. Ich blaue. Ja komm, komm zu Papa. Och nee. Wo sind denn die? Da. Scheiße. Ach jetzt sehe ich mal einen und der machte mich. Nicht gleich. Das kommt wenn man nicht warten kann. Das kommt wenn man nicht warten kann. Lange wo? Von anderen Seite der Pisse. Sowas kommt davon, wenn man nicht warten kann. Alter. Ich soll dich von Yugi grüßen. Ja, gleich halt. Ich war der Besser vom ganzen Team. Was für ein No-Team hatten wir. Leute, ich würde sagen, das war's. Und wir singen nächstes Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.